das Zeichen gefällt mir schon ein bisschen mehr was anbelangt wegen meinem ähm Dingens mit der Nonnenrubbi und nach dem Platz und danke dass du die Supersicht wieder da war fast ich glaube nicht auf den gefunden hätte ein weisses Herz dass ich so vonnöten habe come on, come on, come on okay ich bin zu schnell die Boxen ganz vieles gemacht, dass die Herzen noch erhöht wird brauche ich nicht oder Sachen könnte ich noch brauchen und helfe auf dem Sand drauf Au ist noch mehr so Sandüchen habe ich sonst eigentlich nie genommen ich mache es einfach, dass die Gegner in Zeitlupe sind und extrem wenig einschießen können so ich habe das Gefühl, aber ich will gar nicht wirklich lange hier bleiben Wax the world brauche ich gar nicht ich bin sowieso ich bin so langsam ey wie schnell bin ich wie schnell bin ich ich bin ja gerade 2 das heißt es geht noch langsamer, aber mein Gott tut mir leid ich noch langsamer sind attak yo wie Smash du mothers ich würde überhaupt besiegen naja wenn ich einmal getroffen werde kann ich ihn auch besiegen und einmal zu treffen getroffen zu werden ist doch besser so zu dem Thema Soll ich wieder in den Shop reinzugehen? Nein, noch nicht ganz. Mir fehlt noch ganz wenig... ...mehr. Ich brauche mehr. Könnte ich mal wieder aufhören mit dem... Auf die langsame Geschwindigkeit machte ich Probleme. Da hätte ich vielleicht doch lieber behalten sollen. Karte, vielleicht ist hier etwas Mützliches. Will auch Fortune, nope. So, jetzt muss ich jetzt einfach mal weiter gehen. Soll ich sich Mom besiegen? Nein, noch nicht mal. Oh Mann, ey. Das könnte ein schlechter Run werden. Aber mit dem Eitel muss ich einfach noch ein paar Herzen übrig. Und dann sollte es gehen. Oblaue Herzen würden gut tun. Oder sonst helfe ab. Ich bezweifle, dass ich es kriegen kann. Und stirfe einfach wegen dem Kleidern. Danke, jetzt stirbst du. Gib mir was. Was nützlos ist. Oh Gott, ey. Ich bin zu langsam, um denen auszuleiert. Und danach spielen wir jetzt ja auch Boden. Die werden auch zusätzlich verlangt. Oh Mann. Ja, danke. Spiel. Danke, Spiel. Vielen herzlichen Dank für diesen Gegner, der so einfach zu besiegen ist. Danke, Spiel. Autschi. Da muss jetzt wirklich ein gutes Item kommen, sonst bin ich am Arsch. Ja. Das macht es manchmal... Ähm... Blaue Herzen fallen. Aber eben manchmal... Das heißt, ich kriege auf der Seite und was man will. Oh, ich glaube, ich habe jetzt eine High Speed. Komm, Mann. Stirb. Danke. Schlüssel. Ich gebe auch wieder einen Secret-Raum. Äh, nicht nur einen Secret-Raum. Oh, da! Ja, gut. Wenn ich getroffen werde, kann ich sehr gut zurückschlagen. Aber das Problem ist, dass ich einfach sehr schnell sterben kann. Ich habe 9 lives, aber... Hm. Ja, das ist doch so kritisch. Come on. Just die already. So, jetzt stirbst du noch schnell. Mal kurz gucken, was da drin ist. Nope. Ist mir zu riskant. Also, gehen wir jetzt hier kurz sterben. Werfen Sie ist sicher zu erzählen. Ich denke hier Red. Uh! Der ist tussen von keinem den Düx3 빠POS. Das lässt vielleicht schon öffnen. Wennst du hier noch是不是 mehr individuell interessieren? Dann hier morphen товwijl schwer. Die Vergifte macht sogar mehr Schaden als ich. Die fliegen dort mehr auf mich ein bisschen. Weil die kann mich angreifen. Komm schon! Ich habe ein rotes Herz? What the hell? Ich verstehe nicht diese Situation. Ich bin immer noch das blöd... Baby... Oder so. Ich verstehe das nicht ganz so wie es sein sollte. Aber ich bin immer Glück darüber, dass ich noch lebe und ein rotes Herz habe. Was... Halt doch keine Schotten mit Leiden. Die Kreide kriegt ein Herz. Aber warte mal. Wie funktioniert das? Wenn ich Einheiten aktiviere, kann ich dort so lange Zahlen, wie auch besiegbar gehen. So, jetzt habe ich zwei Herzen. Wir wegen Gründen. Ich bin verwirrt. Es braucht nur noch irgendwie was Angriffmäßiges. Die dritte Dying Harp ist noch mehr oder weniger. Seht ihr, das hat erstmal ein blaues Herz gekriegt. Oh Crap. Ich muss die Gefällräte drin. Okay, das müssen wir seitens noch nicht brauchen. Ich wollte versiegen, ohne grosses Schaden zu nehmen. Das wird sicher nicht. Ah... Ah, nein. Ich liebe mal. So was. Ach Crap, das hätte ich besser machen können, dann hätte ich das Teil von Druck gekriegt. Dann kaut er irgendwo mehr im Schrank rein. Was ist Oda gesagt? Habe auch nicht gesagt, habe gedacht. So. Dann. Unnütz. Gehen wir doch mal in den Siegretraum. Gucken wir, was es dort so gibt. Amen. Dann kommt sicher ein Minibus. Nope. Oh, das ist ein nützes Zeugsel. Ich kaufe das Teil noch nicht ready. Wey. Ich kaufe das Teilchen jetzt. Es muss eigentlich theoretisch genügend Leben haben und dort durchzustehen. Ach. Ich habe ja den Leid. Das war jetzt irgendwie gemein. Ich mach einfach mal die billigen Taktik. Geht doch. Lucky Toe. Isaac. Das Zeichen kann ich wieder nicht auslassen. Aber das war's auch wieder für diesen Run. Aber doch noch geschafft, obwohl es ein bisschen verwirrend wurde. Aber das muss ich mir merken. Wenn ich 9 lives habe und Ethan alive, bin ich zuerst und Ethan alive erklärt. Aber nachher durch das 9 lives ist man sozusagen wieder auf dem alten Zustand. Auch wenn man immer noch auf Blue Babys... Obwohl das muss ich im Video vielleicht nochmal nachgucken, ob ich wirklich noch das Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen war. Das werde ich ja dann noch sehen. Ab ja, das war's. Bis zum nächsten Mal Leute. Ciao. Ciao.